Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen, aber natürlich auch blöden Informationsvideo und zwar muss ich leider sagen, dass ich Dirt Showdown abbrechen werde, einfach aus dem Grund, es läuft einfach nicht. Ich spiele teils auf 15 Frames, auf 720p und auf Grafikenherstellung bei Mittel. Also das, ich meine, ich habe dann einfach keinen Spaß dran und wenn ich dann im Spiel keinen Spaß dran habe, dann kann ich das nicht spielen. Ich habe gerade eben 8 oder 9 Minuten an einem Rennen gesessen, habe es nicht geschafft, weil ich andauernd wegen solchen Scheißrucklern gegen irgendwelche Wände gefahren bin oder sonstiges. Also an der Stelle tut es mir leid, ich werde mir ein anderes Projekt überlegen, welches ich spielen kann und ja, ich werde das komplette LP löschen, weil das mir ja von Anfang an auch dann irgendwie blöd war mit den ganz wenigen Frames und dann, ja, falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich würde sagen, haut rein, bis demnächst, tschüss, tut mir leid. Dieses Gramm ist circulation bei November, 2020. Nichts Note Como 5.6 4.3 4.4 Vielen Dank.